Wenn ihr mich jetzt fragt, dann wäre das der Ort, an dem ich weit lieber wäre als in Deutschland, Italien. Und das liegt daran, dass die Italiener genug haben von den Woken und dass sie sich dagegen wehren wie nie zuvor. Und ihr werdet das ebenfalls absolut lieben. Wenn ihr es nicht wisst, dann ist es in den letzten Jahren so, dass es eine deutliche politische Verschiebung gab. Und diese Verschiebung hat sowohl die Liberalen im Land, wie aber auch die gesamte Europäische Union in Panik versetzt. Und die treibende...